Minister Stichburg hat an der letzten parlamentarischen Änderung, dass Herr Gusti Gersing von KOMRAN gesagt hat, dass an sich kein kommerzieller Schritt von KOMRAN entstanden wird. Das könnt ihr aber nicht so steuerlosen. Nein, das kann ich nicht so akzeptieren. Dem muss ich voll und ganz widersprechen. Denn hier ist die Bewirtschaftung vom Jäberstasee komplett unrentabel und nicht interessant für den Fischerklub. Der KOMRAN hat richtig geräumt.